Ahoi Pyros! Willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 975. Heute für euch im Test von Volksfeuerwerk. Die Geiler Macker. Grüße gehen da raus an den Sutze. Ultra fettes Ding. Ist ja eine Linie von Pyroland für euch, für das Volk. 19 Schuss, 30 Sekunden, 40 Meter Steighöhe, 30 Millimeter, 500 Gramm. Eine absolute Spitzenneuheit. Hier seht ihr noch die Effektbeschreibung. Könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten seht ihr das ja auch gleich im Video. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zündung. Wir gucken noch mal schnell rein, wie das ganze Ding denn aussieht. Ein schönes Sechseck. Hammermäßig. Erinnert so ein bisschen an die Dragonfire. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Zündung. Geiler Macker. Die Trässen minus, jetzt sind wir wissen, dass die dominance, wie das die happen wird. Das Ver τους seitens, steckf den Mehrmber Redezeit in einem Dann bin ich neu. Ich bin jetzt für die Generation. Und jetzt wird die gew vortex bei, wenn man ihr printdacht, eigens herrottet das einen politischen Keiner, damit Vielen Dank.